Wie du selber schon sagst, das Thema gewinnt immer mehr an Aufmerksamkeit. Zu Recht, ich würde mal sagen, das Erden ist so eine Maßnahme zur Gesunderhaltung oder auch zum Wiedergesundwerden. Einfach eine Basismaßnahme. So wie gesundes, gutes Wassertrinken, sich gescheit ernähren, Bewegung an der frischen Luft, Entspannung, das übliche Ding halt, vielleicht auch Nährungsergänzungen. Und so würde ich sagen, in die Liga zähle ich Erdungsprodukte. Also einmal ganz klar als Präventivmaßnahme für jedermann und wir haben dann eine sehr gute Studienlage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Schnell einfach gesund. Und vor allem willkommen, lieber Thomas und danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Moin. Moin Martin, moin liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Herzlichen Dank für die Einladung und euer Interesse an dem Thema. Ja, da habe ich mich jetzt auch echt drauf gefreut, auch dass wir zweimal in den Genuss kommen, miteinander zu sprechen. Weil das Thema Erdung beschäftigt uns schon länger. Und jetzt gerade dieses Jahr haben wir gemerkt, dass das Thema auf ein Rieseninteresse gestoßen ist, auch in unserer Community. Ist dann, denke ich, auch gut dazu gekommen, dass diverse Filme und Kurzfilme im Internet viral gegangen sind, wo es ums Erden ging. Und ihr mit euren Erdungsprodukten habt da einfach die perfekten Begleitprodukte dazu entwickelt. Und wir haben da so viel, auch gute Rückmeldung, so gutes Feedback. Ich habe jetzt hier gerade auch meine Erdungsmatte beim Arbeiten. Da haben wir gedacht, laden wir dich einfach nochmal ein. Und ich finde es auch schön, dass du dir die Zeit dann immer für uns nimmst. Und dann habe ich mir ein paar Fragen aufgeschrieben, ein paar Schlagworte auch. Und dann freue ich mich auf ein schönes Gespräch mit dir zum Thema Erdung, Strahlung, was dazugehört. Was mich immer interessieren würde, Thomas, du bist ja auch Heilpraktiker. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen? Heilpraktiker zu werden oder Erdungsprodukte herzustellen? Beides. Also Therapeut wird man ja meistens aus eigener Erfahrung. Ich hatte eine relativ grauenhafte Kindheit und war, würde ich mal sagen, einigermaßen traumatisiert. Habe dann bei einem Heilpraktiker eine ziemlich interessante Therapie gemacht, die ich so faszinierend fand, dass ich beschlossen habe, das möchte ich auch machen. Und dazu war es notwendig, Heilpraktiker zu werden. Und so habe ich dann die Heilpraktikerausbildung bei Dr. Dr. Hildebrand in Karlsruhe seinerzeit gemacht. Es war wohl deutschlandweit die beste Schule, die es überhaupt gab. In diesem Zusammenhang als Heilpraktiker war ich 2011 auf einem Kongress in Lissabon. Der Kongress war von einem portugiesischen Arzt, Dr. Nuno Nina, vor allem organisiert. Der ist ein Spezialist für biologische Krebstherapie. Das war lange Jahre für mich ein sehr großes Thema. Und auf dem Kongress war unter anderem der Professor Dr. James Oshman aus den USA als Referent eingeladen. Und der Jim, James Oshman, hat sehr euphorisch, typisch US-amerikanisch, sage ich mal, das Thema Earthen, auf Deutsch Erdung ungefähr, das sehr schön mit einer Präsentation dargestellt. Ich fand es aus zwei Gründen irritierend. Erstens mal war mir nicht klar, was das auf dem Kongress über biologische Krebstherapie zu suchen hat. Und zweitens mal dachte ich natürlich, die Amis, sie haben mal wieder einen Stein der Weise entdeckt, wie eigentlich fast jeden Tag und war erst mal mäßig nur interessiert. Und wie das Leben so spielt, am Abend, am Ende des Kongresstages, waren alle Kongresstalle immer wie vom Erdbooten verschluckt. Und ich bin im Aufzug auf den James Oshman gestoßen. Der war also auch praktisch auf der Suche nach Anschluss, sage ich mal. Und er ist ja nun wirklich ein international sehr bekannter Biophysiker. Mein Englisch ist einigermaßen passabel. Und so sind wir dann zusammen in die Altstadt von Lissabon gezogen, haben uns über dies und das unterhalten. Er hat mir das Original des Buches The Earthing, The Most Important Health Discovery Ever geschenkt. Und ich dachte, es ist ja auf jeden Fall mal eine Gelegenheit, mein Englisch ein bisschen zu praktizieren, indem ich was Englisches lese. Ich habe das Buch im Urlaub gelesen und war dann doch zunehmend fasziniert. Das Buch gibt es aber auf Deutsch mittlerweile. Wir haben es auch im Shop. Du kannst es auch woanders kaufen, falls du es noch nicht hast. Es ist wirklich ein interessantes Buch. Es ist auch einfach sehr kurzweilig, eine Mischung aus, wie hat der Klindober die Sache entdeckt. Erfahrungen, wissenschaftliche Studie, Bericht von einem Kardiologe, bei der Tote France, eine Studie mit autistischen Kindern. Also einfach sehr kurzweilig und gleichzeitig informativ, sehr vielschichtig. Und nach dem Buch war klar, da müssen wir mal genauer hingucken. Da müssen wir mal schauen. Ich habe dann einige von diesen Erdungsbetttüchern aus USA besorgt. Und ich hatte seinerzeit vier Räume in unserem Therapiezentrum, die ich nutzen konnte für kleine empirische Studien. Und ich habe einfach auf jede Liege dann so einen Lagen drauf gezogen und habe dann Patienten, die Beschwerden hatten, auf die Lagen gelegt. Und das Ergebnis war, dass alle, also wirklich 100 Prozent der Probanden, eine Wirkung gespürt haben. Jetzt ist natürlich klar, wenn die zu mir kommen, dann haben die Beschwerden. Das ist ganz klar. Das heißt, die meisten hatten zum Beispiel einfach Schmerzen, häufig Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Verspannungen. Einer, unser Patient Null sozusagen, war ein älterer Mann aus dem Viertel hier sozusagen. Und der war Diabetiker und hatte eine Polyneuropathie. Eine Polyneuropathie ist Kribbeln, Brennen, Schmerzen in den Füßen, Unterschengel und Fußsohne. Und es ist so schlimm teilweise, vor allem wenn es unbelehrbare Diabetiker sind, dass die nachts nicht mehr schlafen können. Der Mann war länger in Behandlung. Es hat sich nicht viel getan, weil er auch gern nach der Behandlung zwei Häuser weiter ins Kaffee isst und erst mal ein Stück Kuchen gegessen hat und Kaffee. Und er war davon auch nicht abzuhalten. Und er lag eine halbe Stunde auf dem Erdungsbetuch. Ich kam wieder ins Zimmer und ich sage, und, wie ist es? Na, meint er, jetzt ist Ruhe. Auf Hochdeutsch, jetzt ist Ruhe. Und dann haben wir uns unterhalten und es kam also raus, es hat zuerst, das ist eine wichtige Info für die Zuhörer, zuerst hat es ganz stark gegribbelt, als er auf dem Betuch lag. Warum? Nein, es fließt kein Strom, weil Elektronen aus der Erde in den Körper ziehen. Und wenn du einen ganz starken Mangel hast, und diesen Mangel hast du, wenn du starke Beschwerden hast, auf jeden Fall, dann spürst du den Elektronenfluss, wenn du sensibel bist, als tatsächliches Kribbeln, ein bisschen wie Ameisenlaufer, für eine Viertel bis halbe Stunde ungefähr. So, das hat er also gemerkt. Und nachdem das Kribbeln abgeklungen ist, waren seine Beschwerden in den Beinen komplett verschwunden. Ich war schockiert, ganz offen gestanden. Also ich kann es mir vorstellen, als Therapeut, der sich wochenlang mit dem Patienten müht, der liegt eine halbe Stunde auf einem Betuch und um die Beschwerde ist weg. Da denkst du mal, was mache ich hier eigentlich? Das war eigentlich so die Initialzündung. Genau der Patient, da die Wirkung war so unfassbar, und an der Stelle erwähne ich auch gleich, dass wir keine Heilversprechen machen. Irgendwas so unfassbar gut, dass ich mir gesagt habe, okay, also die Sache müssen wir hier in Deutschland haben. Wir haben dann den Import aus den USA angefangen. Es gab eine ganze Menge Schwierigkeiten, unter anderem war die Qualität einfach schlecht, die Produktpolitik war schlecht, und wir haben dann 2013 schon eigene, unserer Ansicht nach Besser-Produkte entwickelt und produziert, haben mittlerweile drei Marken eingetragen und sind vermutlicherweise Marktführer in Deutschland und Europa. Und wie du selber schon sagst, das Thema gewinnt immer mehr an Aufmerksamkeit. Zu Recht, ich würde mal sagen, das Erden ist so eine Maßnahme zur Gesunderhaltung oder auch zum Wiedergesundwerden einfach eine Basismaßnahme. So wie gesundes, gutes Wassertrinken, sich gescheit ernähre, Bewegung an der frischen Luft, Entspannung, das übliche Ding halt, vielleicht auch Nährungsergänzungen. Und so würde ich sagen, in die Liga zähle ich Erdungsprodukte. Also einmal ganz klar als Präventivmaßnahme für jedermann, und wir haben da eine sehr gute Studienlage. Und dann hat sich aber auch immer mehr gezeigt, dass sehr viele Menschen, die wirklich Beschwerde haben, außerordentlich vom Geerdet-Schlafen profitieren. Zumal ja auch der Aufwand da quasi lächerlich gering ist. Und eine typische Wirkung ist auch, dass die Kunden dann rückmeldet, sie schlafen schneller ein, sie schlafen besser, sie schlafen tiefer, sie sind tagsüber wacher, klarer und fitter. Allein das schon wäre im Grunde, sich so ein vergleichsweise günstiges Erdungsbetuch zu besorgen. Jetzt sitzen wir hier noch. Wahnsinn. Also erstmal Glückwunsch auch zu der Entscheidung und zu euren, also das 10 Jahre seid jetzt auf dem Markt. Genau, über 10 Jahre. Also 12 Jahre, 13 Jahre, 12 Jahre sind es genau. Ich war natürlich anfangs auch dann, es gab damals ja überhaupt nichts auf Deutsch. Das Thema war komplett unbekannt hier. Und es war ja schon auch so ein gewisses Risiko, da praktisch reinzuspringen. Und das Gute war, dass dann im Spätjahr 2011 tatsächlich die deutsche Übersetzung des Buches auf den Markt kam im FABAK-Verlag bei Freiburg. Und das Buch hat auch sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Der Titel lautet Ersingheilen des Erden, gesund und voller Energie mit Erdkontakt, mit einem Vorwort eben von diesem Biophysiker. Und das Buch gibt es immer noch. Das ist mittlerweile, glaube ich, die dritte Auflage schon. Ich weiß gar nicht genau. Das verkauft sich also auch sehr gut. Und es ist eine sehr, sehr schöne Übersetzung des englischen Originals. Also absolut lesenswert, wenn man sich für das Thema interessiert, weil es eben sehr vielschichtig das Thema beleuchtet. Was ich auch ganz schön finde, kannst du noch gerne mal da deine Erfahrungen der letzten 10, 12 Jahre sagen. Ich habe so den Eindruck, das letzte Jahrzehnt, also 2010 bis 20, war so das Jahrzehnte Biochemie, wo die Leute angefangen haben, sich über Nährstoffe zu unterhalten, Vitamin D, Omega 3. Und das ist also jetzt zwischen 20 und 30 ist so das Jahrzehnt der Biophysik, wo man Übererdung, Überstrahlung, WLAN, Frequenzen, Schumann-Resonanz. Ja. Genau jetzt das Thema. Es ist was dran unbedingt. Das hat natürlich einerseits auch damit zu tun, dass natürlich die technische Belastung, die auf uns einwirken, immer mehr werden und dass dadurch das auch mehr Aufmerksamkeit gewinnt. Und dann ist es ja auch so, dass praktisch auch wir in immer feinere Bereiche vordringen. Die Frequenze und Strahlung ist ja schon was sehr Feines. Das ist ja subtil. Das kann man ja nicht mit einem bloßen Auge sehen. Und würde ich schon so sagen, ja, und da passt Erden natürlich unter anderem auch deshalb sehr gut rein, weil es wissenschaftlich bewiesen ist durch verschiedene Studie, unter anderem am Olympischen Trainingszentrum in Österreich, dass halt, wenn du auf einem Erdungsbetuch schläfst, dass du auch vor elektrischen und elektromagnetischen Feldern geschützt bist. Man kann das mit einem relativ simpeln Versuchsaufbau, den wir auf unserem YouTube-Kanal TZ Gesundheit dargestellt haben, nachvollziehen. Mit einem einfacher Voltmeter kannst du sehen, wenn du ein Erdungsprodukt flächig berührst, dann geht deine Spannung auf dem Körper auf null Komma irgendwas runter. Wir wissen, dass wir als Menschen eine Antenne sind, das heißt, wenn du jetzt in einem Raum bist mit technischen Geräten und dazu zählen schon die Stromleitungen in der Wand, die sind meistens in den Räumen, baut sich ein elektrisches Feld in dem Raum auf und als menschliche Antenne koppelst du da an oder das Feld koppelt an dich und wir messen an Arbeitsplätzen dann teilweise Spannungen von 5, 6 oder 8 Volt auf der Haut. Dazu muss man wissen, dass praktisch die menschliche Zelle ein Ruhemembranpotenzial, also eine Grundspannung hat von minus 70 Millivolt und dann kann man schon verstehen, dass irgendwelche Bereiche im Volt, also von mehreren tausend Millivolt mit Sicherheit irgendeinen Einfluss auf unser System haben. Unsere Nerven sind im Prinzip auch elektrische Leitungen, die mit Milliampere Strömen arbeiten und der Strom, der aus der Steckdose kommt, hat irgendwie 10 bis 16 Ampere, also das sind auch ganz andere Dimensionen und wenn wir uns den Felder aussetzen, was zwangsläufig der Fall ist, hat es naturgemäß auch möglicherweise oder relativ sicher inzwischen negative Auswirkungen auf unser ganzes System. Dann auch das Thema natürlich Hochfrequenz wird ja immer brisanter, wie ich jetzt im Bub war, gab es keine Handys. Das ist ein recht neues Phänomen, was natürlich auch sehr viel Nutzen bringt, aber was halt auch bestimmte Gefahren mit sich bringt. Man weiß mittlerweile schon, dass diese hochfrequente Strahlung ungünstige Effekte, sage ich mal, ganz vorsichtig auf den menschlichen Organismus haben können und auch für der Hochfrequenz bist du praktisch, wenn du dich erdest, geschützt. Und das ist natürlich schon echt eine Ansage, also du brauchst nicht mal zwingend so ein Baldachin um dich rum. Es reicht, wenn du auf einem Erdungsbett hochschläfst, vielleicht noch eine Erdungsbettdecke dazu und dann bist du geschützt vor Elektrosmog. Das ist vermutlicherweise auch einer der Gründe dafür, dass du besser schläfst. Und wie du auch sagst, wir erden uns natürlich auch während der Arbeit. Das sind ja meistens dann doch starke technische Felder und du bist also einerseits von den technischen Feldern geschützt und andererseits kriegst du die Elektronen aus der Erde, die laut Biophysiker Professor Oschmann als super starkes Antioxidanz wirken. Das heißt, als radikalen Fänger. Das ist also schon wirklich ein sehr spannendes Thema. Ja, ist ja im Grunde ein reines Antioxidanz bei Elektronen. Ja, genau, richtig, exakt. Und zwar, das Schöne ist praktisch, du kriegst sie in der Menge, die du so wirklich brauchst. Es gibt immer einen elektrischen Ausgleich. Wenn du Erdkontakt hast, fließen diese Elektronen in dein System rein, in dem Maße, wie sie einfach fehlen. Und das ist das Phänomenale daran. Du kannst also weder zu viel noch zu wenig abbekommen, wenn du lang genug dich erdest. Und da hat sich eben gezeigt, geerdet schlafen ist der absolute Knaller. Warum? Weil du nachts im besten Fall regenerierst. Im besten Fall heißt, wenn du schlafen kannst. Wenn du nicht schlafen kannst, ist auch keine Regeneration möglich. Und du regenerierst vor allem in der Tiefschlafphase. Und da hat sich gezeigt, dass sich die Tiefschlafphase, wenn du dich erdest nachts, um ein bis anderthalb Stunden locker mal verlängert. Und das ist gewaltig. Das ist auch der Grund, warum Spitzensportler unter anderem jetzt auch von einer sehr bekannten spanischen A-Liga-Mannschaft unsere Erdungsbetttücher einsetzen. Bei Olympiasportler haben wir als Kunden, also im Hochleistungssport ist das ein großes Thema. Unter anderem auch seit die Studie vom Olympischen Trainingssyndrom Österreich, die explizit mit unseren Produkten durchgeführt wurde. veröffentlicht wurde. Die Studie ist gewaltig, unter anderem, weil sie keinen kommerziellen Hintergrund hat und weil es eine dreifach-blind-Studie war. Also nicht doppelt verblindet, sondern dreifach verblindet. Also mehr geht eigentlich nicht. Und es kam raus, der Unterschied zwischen geerdet und ungeerdet Schlafe ist absolut gewaltig. Die Studie ist kostenlos auf unserer Webseite zum Download erhältig, auch auf Deutsch. Wir haben die übersetzt erlassen, da kannst du kostenlos das PDF runterladen. Das ist absolut spannend, weil die einfach blitzblank und sauber durchgeführt ist. Ich meine, Olympisches Trainingscenter, das ist nun schon wirklich richtig Oberliga. Da sind wir auch natürlich stolz, dass die ausgerechnet nun uns ausgerechnet haben, abgeschrieben davon, dass wir natürlich die Besten sind. Ist es doch schön, dass ich jetzt nicht zum Beispiel bei den Amis Produkte gekauft habe, sondern bei uns. Ich habe den Eindruck, dass es im Leistungssport, dass es oftmals wie die Vorreiter sind, bevor es massentauglich ist, sondern massenakzeptiert ist. Also vor fünf bis zehn Jahren hat es im Leistungssport mit dem Eisbaden angefangen und so. Ja, ja. Nachwesergänzungen. Und wenn jetzt auch die Erdung reinkommt, also die Sportler brauchen ja den Tiefschlaf. Da regeneriert sich ja der Körper. Ja. Und auch die Studien, die ich kenne. Also es gibt ja eine bekannte Studie, kennst du sicher auch, dass wenn man geerdet schläft, weniger Cortisol, mehr Melatonin. Allein das. Genau. Die Studie ist recht interessant. Ich weiß nicht, ob wir die gleiche meinen. Es gab eine der ersten, war die Cortisol-Study und da hat sich also auch gezeigt, dass praktisch bei allen Probanden der Rhythmus der Cortisol-Ausschüttung komplett durcheinander gerade war durch alle möglichen Faktoren. Und dass nach acht Wochen bei allen Probanden der Rhythmus wieder regelrecht war. Das heißt, Cortisol ist grundsätzlich gut, weil es das ist, was uns tagsüber am Laufe hält. Und die Ausschüttungen, die Pegel sollen natürlich tags dann hoch sein. Typischerweise kriegst du morgens dann zwischen sechs und acht, sage ich mal, so einen Cortisol-Push von deiner Nebennierenrinde. Und dann wirst du wach und bist du klar im Kopf. Und bei den Teilnehmern war es so, dass diese Cortisol-Push teilweise nachts kamen. Und wenn die nachts kommen, kannst du halt nicht schlafen. Das ist also schon auch hochspannend. Also man kann sagen, dass praktisch geerdet schlafen oder überhaupt Erdung aufs Hormonsystem regulierend und ausgleichend wirkt. Es bringt einfach Ordnung ins System. Du klingst dich an den Biorhythmus an, an dem Ort, wo du bist. Du hast kein Jetlag, wenn du irgendwo in den Urlaub fliegst. Das haben wir häufiger schon von Kunden gehört. Dein Nervesystem funktioniert besser, dein Immunsystem funktioniert besser und dein Körper repariert sich einfach besser, wodurch natürlich dann letztlich die Wahrscheinlichkeit besteht, dass du nicht so leicht krank wirst. Und auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, und da sprechen auch die Kunden Feedbacks dafür, dass sogar das Erden bei Krankheiten ein teilweise recht entscheidender Faktor ist. Wir haben also Rückmeldungen von Kunden, die laut ihrer Meinung eindeutig, vor allem durch das geerdet schlafen, eine Besserung bis hin zur Beschwerdefreiheit erfahren haben. Unter anderem ein Kunde hatte schlimme Neurodermitis schon sein Leben lang und die war nach drei Nächten geerdet schlafen einfach mal weg. Boing. Und es sind ja nun Menschen mit chronischen Krankheiten, sind ja meistens auch dann in allen möglichen Bereichen unterwegs, befassen sich mit Naturheilkunden, versuche verschiedene Therapien, Entgifte, nehme Nahrungsergänzungen, alles Mögliche. Und bei manchen langt es halt nicht und dann ist es dann oft das Erden, was es bringt durch die stark regulierende Wirkung. Zum Beispiel hat sich auch gezeigt, dass wenn du nachts dich erdest, dass du stark entgiftest. Und das Thema toxische Belastungen, Giftstoffe ist ja auch ein Riesenthema und es spricht deutlich einiges dafür, dass der Körper stark entgiftet, wenn du nachts dich erdest und das Ganze im Prinzip für kleines Geld. In dem Zusammenhang empfehlen wir dann auch immer, dass man fleißig Wasser trinkt, vor allem am Anfang und wenn man Beschwerden hat, damit die Toxine einfach auch rausgeschafft werden können, logischerweise. In diesem Sinne, Prost. Ja, ich bin auch mal sehr gespannt. Also wir haben jetzt hier ein neues Zuhause. Die Erdungsmatte zum Arbeiten läuft schon. Das geerdet Schlafen kommt noch dazu. Ich bin auch mal gespannt, wie es sich ist. Also ich bin eher ein schlechter Schläfer, würde ich mal sagen. Oh, das wirst du merken. Da bin ich sehr gespannt, auch was sich noch so tut. Ja, mein Geschäftspartner Kian, der hatte ja jahrelang an wirklich Insomnia, also Schlaflosigkeit geleitet, gelitten. Und der hat natürlich gleich dann ein Ernährungsbett durchbekommen als Einstand und seither schläft der wieder. Also wenn du das mal jahrelang chronisch hast und soweit ich weiß, haben 70 Prozent der Bevölkerung in Deutschland Schlafstörungen, Tendenz steigend, dann weißt du, was das auf Dauer mit dir macht einfach und wie wichtig auch der Schlaf ist. Und letztlich ist ja ein guter Schlaf die Grundlage für einen guten Tag, ganz logischerweise. Das heißt, wenn du besser schläfst, ist dein ganzes Leben natürlich besser. Und dadurch haben wir auch das Motto Schlaf dich gesund, Erdungsprodukte zu unserem Motto gemacht. Das passt, das passt, das resoniert. Das ist ein Wort, wo ich immer mal drüber stolper beim Thema Erdung, Pseudowissenschaftlich. Wie gehst du da um? Ärgerst du dich da noch oder denkst du, ich glaube, ich wurscht? Ich meine, Wissenschaft und Studien sind ja immer so ein Thema. Man kann ja Studien auch dann so gestalten, dass das gewünschte Ergebnis rauskommt. Wir hatten da ja eine große Kampagne, bei der man den Menschen irgendwelche Substanzen applizieren wollte, mittels Spritzen. Und da gab es ja auch Studien, die bewiesen, wie toll das alles sei. Und die Studien waren eindeutig gefaked. Das heißt, auf wissenschaftliche Studie muss man immer genau schauen, wer macht die und was ist der Hintergrund? Und darum sind wir natürlich auch sehr stolz auf die Olympisches Trainingszentrum-Studie, weil die derartig unkommerziell ist. Also mehr geht ja schon gar nicht. Und dann ist es natürlich so, wenn jetzt eine Studie irgendein Ergebnis bringt, was sich jetzt in der Praxis nicht reproduzieren lässt, sprich eine Studie sagt, wenn du das Produkt nutzt, schläfst du gut und kein Mensch schläft dann gut. Verstehst du, was ich meine? Dann ist die Studie nichtig. Wenn aber jetzt praktisch 95 oder 98 Prozent der Kunde, wir haben es noch nicht ausgewertet, vielleicht sogar 99, ein wahnsinnig positives Feedback gäbe und sage, seit ich die Produkte benutze, hat sich mein Leben verändert im Extremfall, dann brauchst du auch keine wissenschaftliche Studie mehr. Letztlich ist doch immer wieder die Empirie und das, was in der Praxis passiert, das, was jetzt auch zählt. Theorie ist eine Sache und aber was in der Praxis funktioniert, das ist doch das, was im Endeffekt, das ist was, was zählt. Ich bin praktisch da auch sehr pragmatisch, als Therapeut ist mein Anliege ja immer, Menschen zu helfen und zwar möglichst schnell zu helfen und wenn da in der Theorie irgendwas funktioniert und ich in der Praxis merke, das bringt es nicht, dann ist es witzlos, schlicht und einfach. Von daher, wir haben auch hier regelmäßig Anfragen von Kunden, die irgendwelche Videos von sogenannten Baubiologen gesehen habe, die warnen vor dem Erden. Da haben wir auch schon ein kleines Video-Statement dazu abgelassen, ganz kurz dazu. Baubiolog ist kein Beruf in dem Sinn, jeder kann sich Baubiologe nennen, das heißt, du hast überhaupt keine Qualifikation und Ausbildung, jedenfalls nicht zwingend. Es gibt eine ganze Menge Baubiologe, die sich gut informiert und ausgebildet haben. Wir haben einige Dutzend inzwischen als Partner gewinnen können, die unsere Produkte verwenden und empfehlen, aber grundsätzlich ist Baubiologe jeder, der Baubiologe sein möchte. Und da kursieren ein paar Videos, da wird also ausdrücklich davor gewarnt, aus verschiedenen Gründen vor dem Erde und das ist natürlich jetzt rein subjektiv einfach eine Meinung, ohne ernsthaft belastbare wissenschaftliche Beweise und dem gegenüber stehen über 80 Studien, die auf PubMed veröffentlicht wurden von renommierten Institute in den USA, aber auch in Europa und dadurch lächle ich dann noch müde und sage mir, okay, es muss ja nicht jeder die Produkte und das Erden toll finden. Es ist leider eh so, zu allem, was irgendwie gut oder sinnvoll oder nützlich ist, zu wirklich allem findet man irgendwo jemanden, der da davor warnt. Logisch, oder? Immer. Grundsätzlich. Das ist teilweise echt spaßig. Neulich bin ich auf einen Influencer gestoßen auf Instagram, der eben keine gesundheitliche Ausbildung genossen hat, was man hier und da sieht, aber der eben sich gut verkaufen kann, der eine ganze Reihe über Omega-3 gemacht hat und vor Omega-3 warnt, wo ich mir gedacht habe, soll. Okay. Also was ist denn das für eine Argumentationskette? Das ist ja interessant. Also man findet zu allem auch jemanden, der davor warnt und ich finde deine Einstellung super, wenn es den Menschen hilft, wenn es nachvollziehbar und logisch ist, wenn es dazu schon Studien gibt, nochmal mehr, super. Und wie gesagt, letztlich zählt ja immer das, was dann auch tatsächlich in der Praxis funktioniert und jetzt, um Omega-3 nochmal einzuhagen, als Therapeut ist es für mich auch schon ein langes Thema. Es gibt ja eine ganz bekannte Klinik in Deutschland, die Habichtswaldklinik in Kassel, glaube ich, und da gibt es einen ganz bekannter Chefarzt, dessen Name ich jetzt nicht weiß, leider schlechtes Namensgedächtnis, der hat sogar ein kleines Büchle rausgegeben über Omega-3 und da ist halt wichtig, Omega-3 ist nicht gleich Omega-3. Es gibt, nur ganz kurz, es gibt eben halt Produkte, da ist ranziges Fischöl drin und ranziges Fischöl ist natürlich einfach nicht gesund. Also das heißt, wenn du Omega-3 nimmst, musst du auf die beste Spitzenqualität achten, wirklich auf die allerbeste. Ansonsten kann es eher schaden, weil hochungestelligte Fettsäure reagieren natürlich erst mal mit Sauerstoff und wenn bei der Herstellung Sauerstoff da drankommt, ist das Produkt schädlich. Ja. Okay, das heißt, du kannst sicher Omega-3-Produkte nehmen, wenn du die testest, sagst du, das ist nicht gut, weil die Produkte scheiße sind. Also man muss, wenn man Nahrungsergänzungsmittel nimmt, auf die Spitzenqualität achten. Es gibt immer verschiedene Qualitäten und wenn ihr Nahrungsergänzungsmittel nehmt, kann ich euch ganz klar sagen, ein gutes Produkt kostet gutes Geld und wenn man da spart, spart man im falschen Ende. Eben. Oder? Bei allem so. Ich wette, wenn ich bei Alibaba reingehe und nach Erdungsprodukten suche, dann würde ich eine Erdungsmatte für zwei Euro und einen Erdungslaken für drei Euro finden. Aber die Frage ist, wie gut ist das? Genau. Also wir haben natürlich auch dann dann und wann mal bei anderen Anbieter Produkte bestellt und es ist ganz interessant. Es gibt so ein paar kleine Details, die einfach dann doch entscheidend sind. Ein wichtiges Detail ist der Anschluss des Produktes. Wir haben auf unseren Baumwollbetttüchern fünf mal vier, sage ich mal, oder sechs mal vier Zentimeter großes Stück Kohlefasergummi. Was flächig mit dem Gewebe vernäht ist, da befindet sich der Anschluss. Das heißt, wir haben praktisch eine Kontaktstelle vom Kabel zum Betuch, die ist schon relativ groß. Und bei anderen Anbietern haben wir gefunden, die haben da ein Stück schwarzes Stoff drauf genäht. Das heißt, diese Produkte, bei denen, ich muss lachen, der Anschluss ein schwarzes Stoffstück ist, haben nur dann da Kontakt, wo wirklich das Metall von dem Knopf da die Silberfäde berührt. Und wenn jetzt blöderweise das Metall vom Knopf so platziert ist, dass es praktisch zwischen den Silberfäden liegt, dann ist der Kontakt eher zufällig. Das sind solche entscheidenden Details, die dann einerseits natürlich zum Schmunzeln sind, andererseits ist es natürlich irgendwo, wenn du das nicht weißt und hast so ein Produkt, dann sagst du, das funktioniert ja gar nicht, weil du gar nicht wirklich geerdet bist. Wenn du jetzt eine Glühbirne kaufst, dann siehst du gleich, ob die funktioniert. Wenn sie nicht leuchtet, wenn du Strom drauf gibst, ist sie kaputt. Beim Erdungsprodukt ist es nicht ganz so einfach erkennbar. Wie gesagt, es gibt nichts, was man nicht billiger machen könnte. Und ich glaube, es war Henry Ford, der gesagt hat, es gibt nichts, was man nicht billiger und schlechter machen könnte. Das stimmt, das stimmt. Was ich ja interessant finde, auch weil wir gerade sprechen, es ist Winter. Im Sommer ist es ja relativ leicht, sich zu erden. Man springt irgendwo in den See, ins Meer, läuft über eine Wiese. Im Winter mal eben barfuß im Schnee oder im Schneewelzen ist es kalt. Und das ist echt so eine einfache Möglichkeit, sich auch im Winter zu erden, jeden Tag. Da ist auch keine Überwindung oder so dabei. Und ich bin eher so Fraktion, auch in meinem Schneewelzen, ist schön, ist erfrischend. Ja, hat was. Absolut. Aber mag nicht jeder machen. Und auch im Winter sich zu erden, ohne dass sich da eben die Überspannung auflädt, oder dass man im Winter plötzlich Mangel an Antioxidantien hat, das finde ich der Knaller. Da denken wir gar nicht so schnell dran. Genau. Da möchte ich gleich noch einhaken. Ich kann immer nur wieder betonen, dass du wahrscheinlich gar nicht so viel barfuß laufen kannst, wie es nötig wäre, um die ganze Belastung, die auf uns einwegt, zu neutralisieren. Thema auch Elektrosmog. Und dass eben, wenn du nachts geerdet schläfst, du über viele Stunden über eine sehr große Körperfläche den Kontakt hast, und da merkst du wirklich dann einen Unterschied. Also auch im Sommer sogar wirklich. Also wir erden uns natürlich das ganze Team rund ums Jahr. Und es ist tatsächlich auch so, dass du auch im Sommer einen Unterschied merkst, was es nicht heißt, dass es nicht sinnvoll und sogar empfehlenswert ist, so oft wie möglich physikalischen Erdkontakt zu haben, sprich dann auch barfuß zu laufen, rauszugehen. Das hat ja noch ganz andere Komponente. Das Erden ist ja jetzt erstmal was rein, ich sage mal, technisches, während jetzt auch dann barfuß auf der Erde laufen, hat ja noch viele andere Aspekte, die man jetzt durch geerdet schlafen sicher nicht abdeckt. Fußreflexzone, Massage und whatever. Geh in den Wald, dann hast du diese ganze Terpene von den Bäumen etc. Das heißt natürlich, wenn du auf dem Bett durchschläfst, nicht mehr. Aber im Winter wird es dann wirklich richtig schwierig und ich bin auch ein Freund von Eisbaden. Ich gehe alleweilen mal um die Jahreszeiten ein langes Wochenende nach Titisee Neustadt an Titisee und so ein Wellnesshotel mit Sauna und so. Und da gibt es einen Außenpool, der ist schön warm und dann hopp sich in den Pool und hopp sich in den See, der hat dann zwei Grad und hopp sich wieder in den Pool. Das mache ich ein paar Mal. Ich sage immer danach, bist du wach oder tot? Also das macht, das ist noch was ganz anderes. Ich meine, solche Reize, das ist ja was, was uns auch fehlt in der heutigen Zeit, diese Reize. Wir sind ja meistens immer wohltemperiert, wohlklimatisiert, wir haben im Auto eine Klimaautomatik, wir haben zu Hause eine kontrollierte Temperatur und was uns oft fehlt, sind einfach auch extreme Reize. Ich fahre jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit, wenn es regnet, werde ich nass, wenn es heiß ist, schwitze ich. Einfach so, sich diese Reize auch auszusetzen, halte ich für sehr wichtig. Hitze, Kälte. Hitze, Kälte, die Extreme einfach. Freustress, auch Sport. Ja. Das kennst du ja sicher, wenn es so ist, ist man tot. Aber mit den Extremen. Ist so. Also das mal noch am Rande zum Thema Gesundheit. Ich kann euch nur raten, setzt euch wirklich auch Extreme aus. Man muss ja nicht gleich in den Zug vor einer See hopsten. Man kann sich ja da langsam so ein bisschen rantasten. Aber es ist wirklich sinnvoll, seinen Körper auch extreme Reize auszusetzen in dem Maße, wie man es vertragen kann, um ihn einfach zu trainieren. Ja. Damit er flexibel bleibt. Ja. Fasten wäre auch so ein Thema. Fasten ist auch ein Thema. Fasten, die von der Norm abweicht und den Körper robuster macht. Ja. Den Eustress auch suchen, aktiv. Ja. Absolut. Aber noch eine andere Frage. so ein Gefühl von mir, auch weil ich viel mit Leuten im Austausch bin, auch viel mit Eltern, Müttern, Babys im Austausch bin. Thema Schreibabys. Ich habe die Rückmeldung bekommen, wenn Mutter und oder Baby geerdet sind, dass Schreibabys dann ruhig werden. Ja. Es ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Wir haben tatsächlich doch auch immer wieder Anfragen, kann ich auch Kinder erden? Wir haben ein großes Familiebett. Da schlafen auch die Kinder, können die auch geerdet schlafen? Kann ich Babys erden und so weiter? Und ich würde mal sagen, grundsätzlich ein ganz klares Ja. Ich bin jetzt auch im Frühjahr bei einem Babykongress als Referent eingeladen, was mich doch sehr freut. Der Aufhänger dazu war eine kleine Studie, die in einer frühgeborenen Klinik in den USA durchgeführt wurde. Da waren praktisch Frühchen, die im Brutkasten liegen. Und das ist natürlich eine extreme Bedingung, auch emotional für das kleine Wesen, für das kleine Baby. Unter anderem auch ist da ein ganz gewaltiger Elektrosmog in diesen Brutkästen, zwangsläufig. Und der wirkt natürlich auf die kleinen Babys noch viel verheerender als auf Erwachsene. Man hat also bei der Studie auch gemessen, die Herzratenbarabilität, die Spannung auf der Haut und so weiter. Und hat die Frühchen dann geerdet und hat also festgestellt, dass sie erstens mal sofort vor Elektrosmog geschützt sind, dass sie also nicht mehr an die Felder in der Brutkastenmaschine ankoppeln, dass die HRV flexibler wird, dass der Hautwiderstand sinkt und dass sie auch diese gefürchtete Enterocolitis, also diese Marke-Darm-Entzündung, die Frühchen oft haben, dass sie die wesentlich seltener bis überhaupt gar nicht entwickeln. Also das heißt, dass sogar Frühgeborene, die eine hohe Sterblichkeitsrate zwangsläufig haben, offensichtlich und unter Echtbedingungen erheblich profitieren, wenn sie geerdet werden. Und bei Kindern, Babys, die jetzt in normalen Umständen leben, ist es tatsächlich so, dass sie dadurch, dass sie sich an einen Biorhythmus anklinken durchs Erden, dass sie einfach schneller verstehen, dass ihr Organismus schneller versteht, dass jetzt Nacht ist und jetzt Schlafenszeit. Das ist ja immer wieder ein Thema, dass dann die Kleinen, ich habe auch zwei Kinder, die sind zwar schon erwachsen, aber ich kann mich noch gut erinnern, dass die Nacht zu einem zweiten einen Rappel haben, aber jetzt müsste sie spielen. Wenn die im Mutterleib sind, ist ja der Nacht-Tagrhythmus nicht so klar definiert. Da ist es ja immer so ein bisschen dämmerig und die müssen sich ja hier erst mal an diesem Tag-Wachrhythmus ein bisschen auch gewöhnen. Und wenn die sich erden, wenn du die erdest, gewöhnen die sich wohl offensichtlich schneller dran und sie haben halt einfach auch die Erdverbindung. Also das scheint so zu sein, dass Babys und Kinder davon erheblich profitieren. Wichtig ist natürlich immer, dass die Produkte richtig angeschlossen sind und dass die Steckdose an die wir sie gemeinhin anschließen, richtig geerdet ist. Also im Allgemeinen wird man die Erdungsprodukte an eine ganz normale Schuko-Steckdose anschließen. In Deutschland sind Österreich, Schweiz auch mindestens mal, und viele andere europäische Länder auch, sind die Häuser geerdet über diese Leitung an der Steckdose. Wir stecken da also den Stecker rein und es fließt, ich sage es ausdrücklich, kein Strom. Es ist physikalisch nicht möglich, dass über unseren Stecker und über unser Kabel Strom fließt. Wenn es dir dann kribbelt, sind es wirklich Elektronen, die im Kerber fließen. Es kann kein Strom fließen. Und das ist natürlich wichtig. Wir wollen uns ja nicht unter Spannung setzen, wir wollen ja das Gegenteil. Ganz viele fragen sich dann auch mit Babys und so, ist da irgendwas anders? Aber nee, es sind auch kleine Menschlein. Letztlich sind es Menschen, wenn auch kleine. Ja, genau. Ein kleiner Körper hat genauso die Bedürfnisse, profitiert genauso. Ich schätze mal auch bei Babys, wenn der Schädel noch nicht ganz verwachsen ist, dass da auch Prallung leichter durchkommt. Also die profitieren wahrscheinlich noch mal mehr vom Erden. Der Organismus von kleinen Kindern ist ja noch sehr fragil, sage ich mal. Wir haben ja nicht umsonst auch immer noch eine gewisse Kindersterblichkeit. Das hat verschiedene Gründe und tatsächlicherweise ist der Organismus ganz fragil. Ich denke also auch, dass kleine Kinder vom Erden außerordentlich stark profitieren. Und es spricht auch einiges dafür. Wir haben auch diesbezüglich ein paar ganz schöne Rückmeldungen unlängst von einer Mutter. Die hat zwei behinderte Kinder und die hat auch sich gemeldet und gesagt, also seit meine Kinder auf den Erdungsbetttüchern schlafen, schlafen die viel ruhiger und sind tags auch besser drauf. Es gab da sogar eine Studie, die auch im Buch beschrieben wird, mit autistischen Kindern. Da hat sich gezeigt, wenn man die einfach nur erdet, es gibt da so einen Score, so einen Test, die man macht und so eine Skala, dass die sich auf der international anerkannten Skala deutlich verbessern, was man auch dann subjektiv oft merkt. Und Autismus ist da schon auch eine blöde Geschichte, sage ich mal. Auch wenn man mal, also ich meine, im Buch von Clinton Oberwardess, da ging es auch, oder ne, im anderen Buch, da ging es um Bioelektrizitismus, den habe ich jetzt vergessen, da ging es auch darum, dass Mikrostrom oder generell Strom und diese freien Elektronen, das ist eben auch dasselbe Prinzip, wie wenn man sich erdet, dass diese freien Elektronen dann auch gezielt zu Verletzungen, Wunden oder Schäden im Körper hin transportiert werden und da die Regeneration anregen. Und das fand ich interessant. Die haben da, glaube ich, auch mal Studien gemacht mit Reptilien, mit Feuersalamande oder so und dann gezeigt, dass eben die Erdung die Regenerationsfähigkeit deutlich verbessert und das konnte man dann auch bei Menschen beobachten. Also es ist scheinbar egal, was man sich anguckt, der Körper funktioniert einfach besser, wenn er geerdet ist. So ist es, ja, genau. Der Grund ist, dass natürlich dann, wenn da eine Verletzung oder eine Störung ist, im Allgemeinen auch ein Elektronenmangel vorliegt und das Erdenbedeckt einfach einen Ausgleich, das heißt, die Elektronen fließen dann schon vermehrt dahin, wo sie einfach fehlen. Gleichzeitig hat sich gezeigt, schon bei der Tour de France, wenn man lokale Beschwerden hat, ist es ratsam, zusätzlich zum flächig geerdet schlafen, sich auch noch lokal zu erden. Wir haben zum Beispiel jetzt auch solche Bänder und solche Klebeelektrode, die man dann lokal applizieren kann, wenn du beispielsweise starke Knie oder andere Gelenkschmerzen hast, dann ist es sinnvoll, da so ein Band einzusetzen, noch zusätzlich lokal, um das auch zu erden. Das ist schon so, wenn man die Eintrittsstelle der Elektronen möglichst nah an den Ort der Störung bringt, dass der Effekt noch schneller und stärker ist. Das ist immer eine gute Brücke. Also die Klassiker bei euch sind, wie ich das so gesehen habe, Erdungsmatte, sodass man auch geerdet arbeiten oder lesen kann, Erdungsbettlaken und oder Erdungsdecke. Jetzt diese Bänder, wo man lokal was machen kann, was sind noch so ein paar der Klassiker eurer Produkte, die beliebt sind? Ja, also tatsächlich würde ich statt einem Lagen ein Spannbetuch benutzen. Wir unterscheiden, dass das Lagen ist einfach ein Stück Stoff. Mehr ist das nicht. Das ist ein billiger, günstiger Einstieg. Es ist auch zum Reisen gut, weil es halt sehr kompakt ist. Der Nachteil ist, dass es halt auf der Matratze dann irgendwo, auf Badisch gesagt, rumrutscht, während ein Spannbetuch sehr schön auf der Matratze sitzt. Darum würden wir immer Spannbetücher empfehlen. Und wir haben auch ein Set, das heißt Bett und Büro in zwei Qualitäten. Einmal in Naturbaumwolle, bei der man dann diese Silberfäden als Gitter sieht. Da ist dann das Spannbetuch dabei und eben auch die Matte, auch die Anschlüsse und auch ein Waschmittel und ein Steckdosen-Tester. Das gibt es auch in der neuen Exklusivqualität. Das ist ein neues, von uns entwickeltes graues Gewebe, was einerseits noch flauschiger ist und bei dem man andererseits die Silberfäden gar nicht mehr als Gitter sieht, sondern die sind quasi sozusagen fast unsichtbar da durchgehend eingewebt. Das wären so die Klassiker. Dann haben wir auch aufgrund von Anregungen von Kunden Bettdeckenbezüge entwickelt. Die gab es bei den Amis früher nicht. Das ist unsere eigene Entwicklung. Es hat sich gezeigt, dass bei Spitzensportlern, wenn die in Schlafsäcken schlafen, die Wirkung deutlich besser ist, als wenn sie nur auf einem Bettduch liege und es ist natürlich jetzt für einen Heimanwender ist so ein Schlafsack vielleicht doch ein bisschen ungemütlich. Das könnte als Liebestöter funktionieren sozusagen und wenn du praktisch jetzt aber einen Bettdeckebezug noch nimmst mit dem Spannbettduch, dann hast du ja quasi diesen Einhüll-Schlafsack-Effekt, aber du bist halt frei beweglich. Das heißt, ein Bettdeckebezug kann auch eine schöne Idee sein. Wir setzen zu Hause natürlich auch die Kopfkrisebezüge ein, ein ganz klarer Fall, vor allem wenn du jetzt auch im Kopf-Nagge-Bereich Beschwerde hast, ist es ganz ratsam. Man kann sich nicht zu viel erden. Du kannst sich gar nicht zu viel erden. Das heißt, der richtig geniale Einstieg ist dann so ein Set Noblesse. Da hast du ein Spannbettduch, einen Bettdeckebezug, einen Kissebezug, das Waschmittel, die Anschlüsse. Da hast du mal richtig leicht den mächtigen Einstieg und auch noch ein kleiner Preisvorteil. Dann, wie gesagt, die Mattenau, hast du ja schon gesagt. Das sind mal die Hauptsache. Wir haben auch eine Yogamatte, wir haben Deckensitzkisse, wir haben so kleine Pads, die kannst du als Meditationsunterlage nehmen oder als Sofaüberwurf, sowas in der Richtung. Wie gesagt, zu viel erden kann man sich nicht. Wir haben sogar eine Mützeau, die man erden kann. Wir haben Socken, was bei Beschwerden an den Füßen interessant ist, Polyneuropathie und sowas. Aber die Grundlage, würde ich sagen, ist und bleibt, und da wird sich auch nichts dran ändern, nachts geerdet schlafen, eben wegen der Regeneration. Das ist mal so, das muss man haben. Also ein Erdungsspannbettduch, würde ich sagen, gehört definitiv in jedes Bett. Darunter geht gar nichts mehr heutzutage. Und alles andere ist dann quasi zusätzlich nützlich. Aber das geerdet Schlafen ist praktisch meiner Meinung nach in der heutigen Zeit absolut unabdingbar geradezu. Ich erinnere mich mal an, das ist schon fast zehn Jahre her, dass irgendwo jemand zum Thema Erdung auch gemeint hat, dass man auch so schmutzigen E-Smog, Dirty Electricity, sagt man, über die Steckdose auch aufnehmen kann. Ist also deine Erfahrung? Ja, ist richtig. Darum ist auch unser Kabel ein Widerstand von 100.000 Ohm. Die Gefahr besteht theoretisch. In der Praxis ist es so, dass über diese Kabel dann entsprechend entwickelt wurden. Auch die Studien wurden mit diesen Kabeln gemacht. Die sind praktisch dann einerseits elektrisch sicher und es kann auch keine sogenannte Dirty Electricity über diese Leitung kommen. Da ist der Widerstand einfach zu hoch. gleichzeitig fließen die Elektronen und gleichzeitig bist du eben vor elektrischen Feldern geschützt. Auch die Studie im Olympischen Trainingszentrum Österreich wurde mit diesen Kabeln, mit diesen hochohmigen Kabeln durchgeführt und da gibt es immer auch wieder dann Elektriker oder Hobby-Elektriker, die messen die Kabel und sagen, das Kabel ist kaputt, schickt mir Ersatz. 100.000 Ohm ist wirklich ein extrem hoher Widerstand, also Strom fließt da garantiert und sicher nicht durch das Kabel durch. Okay. Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist natürlich so, dass man naturgemäß so eine gewisse Ransons-Diments hat, sich da an die Steckdose anzuklemme, weil man automatisch damit Strom assoziiert und darum betonen wir immer wieder, also er kann, also es ist auch unmöglich technisch, dass da Strom fließt, das geht einfach nicht. Erstens mal hat es nur zur Erdungsleitung Kontakt, das Steckerchen, was wir da entwickelt haben. Und zweitens mal ist der Widerstand so hoch, dass ein Stromfluss technisch gar nicht möglich ist. Thema Obblitzschlag, aus rechtlichen Gründen schreiben wir immer, so dass man Blitz ausstecke. Ich habe mein Betttuch noch nie ausgesteckt, also nicht beim schlimmsten Gewitter, also da kann im Prinzip auch kein Blitz durchgehen. Gleichzeitig, wie gesagt, aus rechtlichen Gründen, du weißt, wie es läuft, sagen wir, also bei Gewitter bitte ausstecke. Ich habe es noch nie ausgesteckt. Danke. Aber da merkt man auch, dass ihr mitdenkt und mit dem Widerstand und allem. Ja, nun, ich meine, es ist schon, es soll ja auch Nutzen und die Argumentation mit der Elektrizität, die ist natürlich absolut zutreffend auch und da jetzt aber die Hauserdung über die Steckdose im Allgemeinen die einfachste, unstabilste Möglichkeit ist, sich zur Erde, muss man halt gucken, wie man dann damit störungsfrei klarkommt. Wir haben auch Erdungsstäbe, die man dann in den Boden stecken kann. Das Thema ist dabei, dass eben der Stab sehr lang sein müsste, vermutlich zwei Meter oder so. Solche Stäbe haben wir nicht, weil im Sommer natürlich, wenn es lange Phasen trocken ist und heiß oder der Boden an sich schon schlecht leidet, was tatsächlicherweise es gibt, dann ist da eine Erdung nur noch schwerlich möglich. Wir hatten auch Kunden auf Mallorca, das fand ich jetzt ziemlich verrückt, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, die meinten, wenn sie sich im Erdungsstab auf die Erde, Erdoberfläche Erde, dann haben sie da Spannung drauf. Also das habe ich nicht nachvollziehen können, aber das Thema sich direkt mit dem Stab in die Erde zu Erde ist gar nicht mal so ganz ohne, wie man vielleicht meint. Also unserer Erfahrung nach, unserer Meinung nach ist die stabilste und sicherste Möglichkeit, an die Erdung der Steckdose zu gehen, das sind praktischerweise diese beiden Metallklammern, die man in der Steckdose sieht, da kann man auch dran fassen, da ist kein Strom drauf, das ist genau praktisch das, wo die Erdungsleitung dann in der Steckdose endet und im Allgemeinen ist dann in unserem Fundamenten Erdanker, um die Erdung des Hauses dann praktisch so zu ermöglichen. Aber weil unsere Zeit nicht unendlich ist, leider, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, da können wir jetzt nochmal drüber reden oder etwas, was du uns einfach gerne noch so mitgeben erzählen möchtest? Einfach mal gefragt. Ja gut, wir haben ja schon über allgemeine Sachen gesprochen, ich meine, wichtig ist zu verstehen, dass das Erdung jetzt nicht das Allheilmittel ist, für mich ist es einfach eine absolute Basismaßnahme, die ich für unersetzlich halte, also ich denke, in jedes Bett gehört ein Erdungsspannbetuch und dann ist es ganz klar, dass man dann noch andere Maßnahmen vermutlicherweise und sinnvollerweise ergreift, um gesund zu bleiben oder auch gesund zu werden. Das Erden ist für mich einfach eine inzwischen extrem wichtige Komponente bei dem Gesundbleib- oder Gesundwertkonzept, auch eben bei schwerkranken Patienten. Aber es ist nicht das Allheilmittel, möchte ich jetzt mal sagen. Das ist wichtig, dass man das auch richtig versteht. Es ist kein Medizinprodukt und wir machen auch keine Heilverspreche. Gleichzeitig ist unser Motto eben schlaf dich gesund Erdungsprodukte. Das passt. Okay. Ich bin, ich muss sagen, bin jetzt mit meinen Fragen ziemlich durch. Ich finde, wir haben echt viele schöne Sachen, wichtige Sachen angesprochen. Wir werden auch unter dieser Episode alles verlinken. Wer sich mehr mit euren Themen beschäftigen möchte, ihr macht ja nicht nur, wir haben jetzt nur über Erdung gesprochen. Ihr macht ja auch noch, ihr macht Wasserfilter, ihr macht auch WLAN-Chips, ihr macht das PowerTube, vertreibt ihr also verschiedenste Themen. Das Erden ist jetzt nur eines von euren verschiedenen Themen. Also wer da einfach mal ein bisschen stöbern möchte, wir haben auch einen Rabatt-Code für unsere Zuhörer und Zuschauer. Ihr habt doch immer mal Aktionen in ihrem Laufen. Also ich finde, es lohnt sich, sich da mal ein bisschen umzuschauen. Auch mal, wer will, sich die Studien durchzulesen. Auf tz-gesundheit.de Genau, richtig. Absolut. Wir haben ein sehr kleines Flodiment und die Erdungsprodukte sind meiner Meinung nach die wichtigsten, weil sie halt einfach sind, weil sie preisgünstig sind und weil sie gut funktionieren. Dann haben wir eben diese Frequenzgeräte, das kommt einfach daher, dass wir die in unserem Therapiezentrum einsetzen und dass wir sagen, die sind auch für Heimanwender uneingeschränkt empfehlenswert. Da sind wir wieder beim Thema Frequenzen, das wir am Anfang kurz mal hatten, von 2020 bis 2030 mit Strahlung, Frequenz und so weiter. Ich denke, Frequenztherapie sind einfach auch ein Thema der Zeit. Wir haben den PowerTube und den Scanner, das sind Gerätchen, die wir wie gesagt in unserem Therapiezentrum einsetzen und die auch uneingeschränkt Heimanwender tauglich sind und mit denen man teilweise unglaubliche Geschichte erreichen kann. Wir haben ein sehr kleines Sortiment, wir wollen nicht mit dem Bauchlade rommarschieren, wir haben Produkte, die ich als Therapeut selber einsetze und wo ich sage, die Sachen gehören im Prinzip ins Haus. Ich denke auch, dass man Frequenzgeräte heutzutage braucht, dass keine Hausapotheke ersetze. Wenn ich verreise nach Arsenal oder in die USA, wohin auch immer, habe ich immer den Scanner und den Power Tube im Hand gepickt. Das sind kleine Geräte, die mit Batterien funktionieren. Das hat mir schon so manche Schwierigkeit vom Leib gehalten. Wir haben ein kleines Sortiment und sehr ausgewählte wenige Produkte und wir erweitern das Sortiment auch wenn überhaupt dann nur ganz behutsam Produkte, die bei uns im Shop sind, müssen praktisch langjährige Tests in der Praxis im Endeffekt dann bestellen. Was sind denn so eure Pläne oder Ideen für die nächsten Jahre? Ja, wie ich schon sagte, jedes wird ein Erdungsbetuch. Also ich denke, man wird, die Welt entwickelt sich ja weiter und man wird ja zunehmend immer mehr mit elektrische und elektromagnetische Felder zu tun habe und allein schon deshalb halte ich es für wirklich notwendig, geerdet zu schlafen. Das heißt, wir arbeiten natürlich daran, dass möglichst viele Menschen von den Erdungsprodukten und von der von uns wahrgenommenen Notwendigkeit, sich zu erdet und vor allem geerdet zu schlafen erfahren. Dazu dienen unter anderem natürlich solche Podcasts, solche Online- Kongresse. Das ist ja eine sehr schöne Möglichkeit, sich auch einfach mal fundiert über solche Dinge zu informieren. Ich halte es, also wie gesagt, ich würde das Statement auf dem englischen Original, die wichtigste Entdeckung im Gesundheitsbereich aller Zeiten, Ausrufezeichen, würde ich durchaus unterschreiben. Also ich halte das Erden für wirklich, wirklich, wirklich extrem essentiell und wichtig. Und meine Mission als Therapeut, der ja immer erst mal Menschen vor allem helfen will, als Therapeut, oder? So wie du ja auch, ist halt einfach möglichst viele Menschen davon wissen zu lassen und es ihnen so ermöglichen, die Produkte zu nutzen. Also einfach mehr in die Richtung. Wir werden jetzt auch, wie gesagt, nicht viele neue Produkte dazunehmen, außer wenn es was richtig Geniales gibt. Die Erdungsprodukte halte ich für so genial und so essentiell, dass es da wenig gibt, was praktisch das irgendwo auch nur ansatzweise substituieren könnte. Also ich denke, das Geerdet Schlafe ist durch keine andere Maßnahme auch nur ansatzweise ersetzbar. Auf die Mission Erdung für jeden Haushalt würde ich unterschreiben. So in die Richtung, oder? Genau. Das klingt gut. Oder? Sehr schön. Dann wünsche ich euch und dir auch alles Gute für die kommende Zeit. Es läuft ja. Und danke, dass du hier warst. Danke für deine Zeit, lieber Thomas. und wir sehen uns. Macht's gut. Macht's auch gut. Herzlichen Dank für die Einladung. Auch den Zuhörern, Zuschauern, herzlichen Dank für euer Interesse. Genau, schaut auf die Webseite, informiert euch selber ein bisschen und schlaft euch gesund.